Hallo und herzlich willkommen hier bei den Grenzgängern. An meiner Seite ist wie immer der gute BS-Royal. Hallo. Hi, grüß dich. Wie geht's? Ja, ganz gut. Ja, warum muss es lange nicht gehört? Ich habe was Gubes in der letzten Folge gemacht. Ich habe aus Versehen manchmal so einen Bug drin. Wenn ich einmal klicke, dann macht er zwei Ausführungen, sodass ich zwei Waffen verkauft habe und darunter war meine Rifle. Ich habe die für 75 Dollar verkauft, jetzt muss ich sie für 338 wieder kaufen. Und das machst du auch, oder was? Klar. Du hast es, ne? Du hast es. Herz, würde ich damit sagen. Ja, gut. Dann, wir müssen jetzt nach, wie heißt das? Bay? Southern Bay? Irgendwie sowas. Hast du die nächste Mission schon aktiviert, oder was? Ja, ja. Gibt sich nach Blackburn Carve. Okay. Das ist doch da, wo wir eben schon mal hingegangen sind, naja. Alles klar. Gut, Leute. Auf geht das. Machen wir das jetzt. Machen wir, machen wir, machen wir, machen wir. Achso, das ist da, wo wir die Viecher umgebracht haben. Ja. Wo hast du nochmal, was macht dein Ulti nochmal? Ich stelle so einen, äh, so einen Geschützturm auf. Lachenweilig. Der erste FC Köln spielt so richtig international, oder was? Ja. Das wird die Leute hier auch nicht interessieren. Das ist ja einfach, wahrscheinlich für die hundert Jahre her ist. Der Kanal ist ja schon bekannter für, äh, aktuell zu sein. Wie diese... ...kommuniziert wird. Ja. Guck mal, die Dinger leben wieder. Ja, das war klar. Ah, Eif! Was ist das für ein komisches Strohzimmer, ey? Gibt noch irgendwas? Gibt auch so einen Geschützturm. Hahaha. Was ist denn da los? Der ist oben auf dem Dach da. Trotzdem wissen wir wie man da hochkommt. Meine Rifle ist kacke ey. Oh der ist fast tot. Der ist tot. Wir haben so 10.000 Stücke zerwissen einfach. Okay. Weiter gehts. Weiter gehts. Die Grenzgänger gehen mal wieder über die Grenze hinaus. So was haben wir hier? Southern Shelf Bay. Reise beginnt. Oha. 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 Wo ist dein Geschäft? Du bist geimpft? Gib deine Spenderorgane bitte in den Behälter dort unten. Boah. Ah ja. Wir versuchen nicht zu sterben. Ach hier ist noch ein Ammo-Shop nebenan. Okay. Ist gut. ganz der Kunde. Dass dir das nicht zur Kopf steigt. Kanaten brauche ich nicht. Das ist nicht zu sehr krachen. Ja Borderlands ne? Ja. Zwei. Ja. Ist das hier ne? Da unten sind die Gegner. Ein Level 5 Bullimon Slinger. Ist schon wieder vor jetzt. Ja ich hau dir. Ich siehs nur vom Alfen hier wie deine hier oben fliegen. Das sind ein paar. ups. Schützturm ist super. hat er irgendwas gemacht er schießt halt unterbrochen auf die die viecher eigentlich eine neue rifle hoffentlich kann die was ja das sieht gut aus ja also damit komme ich klar die brücke ist kaputt oder was clever ja hallo hallo wir sitzen alle in einem boot ja mut zur brücke haben sie nicht alles im lot am boot alles in butter auf kalkuner was das denn hier da können wir hier runter machen und wieder weg geht nicht mehr kaputt gemacht hier geht es los alter was ist das für scheiß ich muss einen töten töte den ich mach gar nichts da bin gleich jetzt da bin ich wieder oder scheiße kommt raus und wird direkt zerfetzt so nämlich das ist nicht ob ich leben regenerieren wenn ich drücke ich muss ausprobieren ja tue ich sehr gut was ist dein ulti eigentlich wenn du drückst ja ich ziehe zwei waffen und gerate in einen kleinen berserkermode glaube ich geil aber auch keine gegner hier mehr oder was alter was passiert alter wer schießt denn da auf mich ich muss einen töten oh das sind ganz viele mann ich muss ganz schnell einen töten ich bin zu weit weg oh Gott nicht so einfach komm schon yes der ist vor mir gespawnt und hat einfach direkt voll die ladung ins gesicht bekommen sehr gut wir sind munitionsboxen ich nehme erstmal die ganze kohle da oben war es ne das ist so unübersichtlich hier wo die alle sind ganz schön und das ist ein alles ja fetzt Der ist ja. Da ist einer. Anderns wieder. Das ist ungewohnt, dass die Munition von meiner Knarre erstmal fliegt. Auf nicht so einer, wo die direkt da ist, weißt du? Ja. Alter, fuck you! Fuck! Ich muss einen töten! Ich muss einen töten! Lass mir den hier vorne! Ist der schon weg? Ich mach gar nichts. Mein Geschütz kann aber sein, dass es rumballert. Wo ist einer? Ich sehe keinen! Nimm uns, wo ist einer? Doch da oben sind welche. Nein! Okay, ich bin tot. Ah, Gott ey! Hört den Witz doch noch. Ne. Ich bin jetzt am respawnen. Okay, ich bin wieder da. Aber wo? Mal finden. Ja. Alter, wieder. Ja. Oh, really? Ja. Ist das denn tot? Irgendeiner schießt da noch. Doch, da oben. Ähm, direkt ist fast kaputt gemacht, oder was? Das ist jetzt irgendwo für dich. Ja, hier unten sind auch ganz viele Kisten. Hat ihm eine Granate rüber geworfen. Hat gewirkt. Nein, er lebt noch! What the fuck? Führt ihn mal da oben. Ja, ich bin ja unterwegs da hinten. Ja, ich bin ja unterwegs da hinten. So, tot. Hier liegt ne Knarre für dich. Ist ganz gut, könnte sein. Wo? Hier, wenn du weiter hoch gehst. Die Treppe hier. Wo müssen wir denn jetzt eigentlich hin? Oben und hoch. Die Treppe hochkeieren. Treppe hochkeieren. Wo bist du? Ich bin ein bisschen unter dir quasi. Ich schieße auch die Leute. Bam, Granate voll gewirkt, ey, oder was? Ja, das ist fast zu. Er zieht dich zurück. Er hat nicht mehr drauf los. Warte, bist du wieder ein bisschen... Ja, ich hab jetzt aufgedreht. Ich range! Schiff! Wo ist denn hier noch einer? Die sind schnell, ne? Die sind nicht zu mich. Hörst du! Ich war alles vorbereitet! Alles! Warte! Warum gehts denn hier noch? Schaut da grade aus hier unten. Da waren halt noch zwei. oh ernsthaft oh scheiße oh der ist echt vor mir weiter hier ist voll die scheiße am fahrern campeln da soll ich töten oder ab ihn aber ich bin direkt wieder tot weil hier einfach alles voll ist und lebe wieder was geht denn hier bist du auch hier unten ich bin auch unten ich hab ein geschützter direkt die granate reingeworfen hier ist jetzt ruhe oder level up ja das haben wir auch erstmal skillen hier oder was alter was machen wir denn hier es ist ja wieder drei bereiche irgendwie grün was ist denn grün schieß geil randale oder muckis läuft irgendwas darauf hinaus dass ich das geschützt ok erhöht den schusswaffenschaden und den nahkampfschaden steht die chance dass erhöht die maximale erhöht deine schildkapazität außerdem regenerierst du gesundheit waffen wechsel geschwindigkeit waffen wechsel geschwindigkeit auch ich hab mein geschütz skillen dann kann ich ja ich mach erstmal melee damage ich mach glaub ich erhöht die maximale gesundheit zack ich hab eine schrotflinte aufgesammelt die scheint nicht schlecht zu sein die sind 13 13 schaden aber dann mal 6 ja jetzt immer hier ich weiß eigentlich das x warum hab ich hier so ein x not sure wo ist sie hier auf dem tisch ja genau ich kann jetzt was besser feuerrate aber ich glaub insgesamt nicht so möglich brauchst du ein schild was 129 kapazitätsladegeschwindigkeit 19 hat äh glaub ich hab besser als mein jetziges dann lege ich sie auch hin äh liegt hier ok danke so wo müssen wir denn hin los das ist ja krass traurig die grenzgänger oder was hoch irgendwo ja ja hier sieht noch jemand munition von dir voll oh ne quatsch hier sehr gut Tiddiddiddiddiddiddiddッ gefunden ein fernrohr sehe ich hier schon mal wir sind waffen für dich das ist eine eine waffe für dich und eine aber dann ja das ist also nichts was das ist nichts mehr schaden viel weniger genauigkeit entleckt ich habe hier zwei knarren geworfen vielleicht kannst du die brauchen aber wo ist unser ziel hier ist der entgegner der rennt weg oder was jetzt schon auf den sach wo ist der hat meiner gerade gerufen deine mutter jetzt hast du sterb gleich Was ist denn der jetzt? Das sind ja auch noch andere Gegner oder was? Ja, das sind noch andere Gegner, ich hab mich knapp überlebt. Wo ist denn dieses Spackvieh? Hier oben! Jetzt ist er unten. Oh, er ist tot. Waffe für dich? Waffe ich für meine Studie mit den sozialen Strukturen der Bulli-Monks. Gehre rasch zum schwarzen Brett zurück. Gehre rasch. Oh, sie sind da. Ah! Wo bist du? Ja, ich hab Angst. Ich hab nur noch 2-3 HP oder so. Oh! Fuck, ich bin tot. Nein, also ich muss nicht den einen töten da. Wo rennt der hin? Oh, du Spack hast den jetzt umgebracht? Ne, ich hab oben einen umgebracht, nicht bei dir. Boah, er hatte nur noch ein Leben oder so. Wieso konnte ich ihn jetzt nicht töten? Ja, ich sterb auch gleich hier alleine, krass. Man hört's. Ich bin in der Krankenwagen bei dir oder was? Das ist laut, ey. Sorry. Wogen hier im Ghetto. Wo ist denn der? Da unten. Arsch der mich? Wo sind sie? Oben. Wo noch? ich kann mehr ein habe ich und eines hier oben drinnen wieder bestimmt hatte er ist tot und jumbo schild müssen wir überhaupt hin wir müssen zurück zum schwarzen breite aber hier gibt es noch irgendwas da oben gibt es noch shops die würde ich gerne noch besuchen da sind noch typen ne ja komm erst mal hier rein ok hier drin ist einer what the fuck nicht töten töte den nicht ich bin noch selber tot fast ok ich lebe wieder easy so hier ist munition hier ist eine schrotflinte auf dem boden 19x9 schaden was endlich eine vernünftige rifle oder was wo war jetzt die schrotflinte hier auf dem boden ja macht mehr damage aber die genauigkeit 24 ist nichts so ja die folge ist auch vorbei liebe leute ich würde sagen wir bedanken uns mal wieder bei euch fürs zuschauen ich habe ja ein bisschen spaß wir sehen uns in der nächsten folge wieder bei den grenzgängern neksgänger undixgänger neksgänger undimin von unten drei auf geht es trenches tschüss ciao